Ich schwöre, beim Leben meiner Mutter, es gibt nichts fetteres, als völlig staunt irgendwo abzuhängen und sich satte Muckereien zu tun. Das Leben ist saftig. Was ist los? Gar nichts. Ich hab's da echt mit einem absolut beschissenen Fall zu tun, und zwar mit einem Schlappschwanz. Ich stelle mir vor, wie meine Freundin mit einem anderen pennt. Das ist Paranoia. Und tatsch dein Gesprächspartner an. Gut, Homie, machen wir. Gut, Homie, machen wir. Gut, Homie, machen wir. Gut, Homie, machen wir. Ich sagte, gut, machen wir. Gut, Homie, machen wir. Gut, Homie, machen wir. Und R2D2 als, als der, weißt du noch, der war noch drauf geschissen.